hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu wwe 2k 16 ja heute darf ich mal ich grüße euch und mein gegner und mein guter guter onkel gamer schgp ist wieder mit am start hallo geiles mitsch gestern gewesen kann ich nur sagen war geil ja und wie immer seht ihr bei mir wieder den gegner von dem lieben revano den sieht man natürlich gleich ein paar sekunden auch bei revano und der revano da ist erstmal der quatsch macho macho man der ist cool 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 eine ikone wo ist er denn fängt mit m an und hört mit wo ist er denn mankind mark henry mr mc man hey macho man bestimmt bei r stehen wenn die der witsch ach alles klar passt gut ich habe nichts gesagt ja da habe ich ihn so dann löse ich jetzt mal auf und zwar kriegst du den hier okay lustig werden das mensch obwohl deine anzeige naja doch ein bisschen weiß schon kaputt ich unterschätze mal den jungen nicht kann sich immer wieder ein böse werden aber ich würde ganz gerne mit dem wendy savage mit der renny savage ja du möchtest super gern mit allen gerne weiterkommen möchtest du gerne weiterkommen ich möchte auch mal gerne weiterkommen nö du nicht der der eine hat so ein ein auges größer als das andere ich finde den ja super den wendy savage aber der unterhöschen das gefällt mir überhaupt nicht dieses hello kitty unterhöschen okay das war jetzt wahrscheinlich nicht so geplant von dir aber das stimmt auch wieder macho man wendy savage woa hast gesehen ich lag und dann stehe ich auf einmal ich bin teleporter dragon ball set und er hat zufüß hat er den night fever geguckt tanzen statt fighten ach man dass du das auch einfach so konntest ich dachte ich mache mal was anderes als wir sonst du schläfst du schläfst ja auf der x-taste warum das ist doch x ne wenn du so ein move blockst oder ok ach so geh mal raus mit dir du du lumto wir gehen mal hier draußen ein bisschen blödsinn machen also ich wollte dir heute was zeigen und zwar da gibt es eine treppe und die möchte ich gerne kennenlernen oh du bist so du bist so dünn bei dir geht die nicht mehr kaputt was hat meiner gemacht gerade fummelparty so mein Freund jetzt kriegst du erstmal die leider zu spüren hier äh die treppe meine ich mein gott leiter und treppen der unterschied ist 30 grad ach er blockt ja wieder alles hier ach komm ey Wayne Savage dann ist der aluminium leider der braucht zehn stunden damit zuzuschlagen das ist ne treppe ja hab ich doch gesagt aluminium treppe weißt du wie ich mein aber nö ach er kommt auch wieder raus hier aua der tut so weh hier draußen in der kalten wüste steh auf wenn du ein mann bist steh auf steh nein nein das tut so weh die schmerzen sind die sind unzerstörbar ach Gott nee schmerzen sind unzerstörbar ich hast du gehört wie der geglockt hat ach Mensch jetzt kannst du mich äh paradiesisch verprügeln weil man da so blöd ist und ne so weiter Wendy sei ein Mann zieh dein höchstchen wieder an der Burger King man der Burger King man und ich hau ab ich hab Angst vor dir ach das gibt's doch gar nicht ey da rennt er freiwillig in die treppe rein jo ich komme ja meiner wollte nur mal ausprobieren ob der Kopf härter ist als die Aluminium Treppe und was hab ich da rausgefunden nö hab ich da rausgefunden ach jetzt geht der mir schon um den Sack hier mit so einem Aufgabegriff ich flipp aus jawolle gar wusch wow was war das denn Megaman Angriff ich hab keine Ahnung du lagst doch immer wieder und er war auf einmal wieder am Boden und jetzt bin ich wieder am Boden das ist scheiße oah Wendy Savage was ist nur los mit dir oh 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 hat der der mein Moderator gar gesagt das war eine süße Kombination ok lass das mal so stehen ich kann die nicht angreifen jetzt aber uh naja nein ach komm jetzt ich werd hier gleich zum Walross man das gibt's ja gar nicht ey ich hab alles gedrückt und trotzdem konnte ich dir die blöde Dingy annehmen unbelievable und mein Kopf ist schon rot ich glaub du hast mich ganz schön verletzt du hast meine Gefühle verletzt ach jo jetzt werd ich auch noch hier draufgeschleudert bestimmt no aber er kommt nicht durch der Randy Savage ist so fett der ist so fett Re-Worsel das war ein Re-Worsel ach ich wollte doch das rauffauen ach Mensch ich bin Finisher gekommen doch du schwein da 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 Finisher brauchen wir nicht so da draußen rennt ein Leichtlein Leichtlein ein Leichtlein ach jo er kommt wieder raus wie Superman we coming to wow we coming to wow ja was ein Move das war ja mal wieder ne geile Aktion ich hab das Feuer gelöscht weil ich hatte Angst für diesen Kinder dass die sich verletzen ja hat Macho Man sich ein bisschen überschätzt mhm und ich seh gerade dass die Kommentatoren auch gerade übelst geladen erzählen hier wie wunderschön das doch war was du da gemacht hast ja und das ist eine Message die du nicht willst bekommen ich find's grad nicht so schön aber es ist ok kabam so ich bin wieder im Wren ich bin wieder im Wrennen ganz kurz und nochmal nein er kommt raus und packt mir an die Klöte find ich nicht so nett mhm du Klötenmann ach Gott zu früh ich hab gar nicht gedrückt oh no geh weg ha ha Angst hab ich geh weg ah geh bloß weg von mir du Sau ich bin ja jetzt wohl Gott sei Dank leg er geht vor die Knie von mir und ja das war's schon hast gesehen das war übelste Move gerade von mir ich hab er in deinem Arm gezogen ich kann nicht mehr ich find das so süß ja 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 endlich der Macho Man ist coming back in the ring zwei ja zwei gratis Moves da gegen den unzerstörbaren Savio Savio nur du und ich allein fühlen uns verbunden meine Fresse da gab's voll auf die Nuss ja Nuss oh nein oh nein er kommt mir zu nah nein er kommt doch nicht zu nah ja er ist gemoved jetzt kann ich den S machen den S wie Siegfried hä hab ich kein S wie Siegfried S wie Siegfried jawoll gabam das fällt auch ein bisschen auf deine Stamina ab ja ja ich hab das schon gemerkt Stamina ach der hat doch von oberstem Ringseil oder oh macho macho man coming to the macho man und treff ich ja der macho man mit seinem pinken Höschen one two ja ja was er hat mich entzündet er hat mich zur menschlichen Fackel gemacht er hat mich geschwartet du hast den ganzen Match hast du mich eigentlich besiegt und geführt und am Ende sagt der Macho Man mit dieser Brille werde ich dich besiegen ah herrlich ich bin dir ins Gesicht gesprungen wie eine Katze und hier Leute hat er eine grüne Hose an ich hab mich nämlich gerade nur für dieses Bildchen umgezogen im Ring äh herrlich ja das ist super super Spiel gerade wieder macht nix Onkel du hast äh herrlich ich finde es schön dass der Matchman weiter ist ja ja gut liebe Freunde ich hoffe es hat wieder Spaß gemacht war auf jeden Fall cooler Kampf ja das sah übel aus für mich auf jeden Fall wie gesagt ich hab gebrannt kurz und ja wenn es euch gefallen hat lasst doch einen Daumen oben da schaut mal bei Gamer Shack EP vorbei bei mir Revano EP und dann würde ich sagen bis morgen und dann wird es wieder spannend bis dann ey ciao tschüss tschüss